Sorry, dass ich aus dem Server raus bin. What? What? Hä? Okay. Records. Dann gehen wir jetzt erstmal nach Bolt. Ja, genau. Das ist dieser One-Way. Scheiße. Okay. Danke. Ich glaube, Joker ist raus, ne? Ja. Ja. Äh, ja. Das war ordentlich erledigt, ja. Saskia war die ganze Zeit bei mir. Obwohl sie sass ist. Ich war aus der Angelegenheit. Ich krieg's noch gar nicht durch. Ich hab jetzt vorne bei der Brücke Honorage und Saskia drin gesehen. Genau. Weil ich kurz schauen wollte, ob dort ne Leiche ist und wo ich dann umgedreht bin und runter zu Weapons gegangen bin, hab ich gesehen, dass da Perry lag. Und davor war ich, äh, bei den Duschen im Raum gewesen, wo die Coms sabotiert wurden. Wo ist Weapons? Wo ist Weapons? Äh, Weapons ist von der Brücke raus und nach unten. Achso, da mit der Acker und so. Ich bin gerade auf der Brücke und deine Aufgaben. Die Waffenkammer. Also die Waffenkammer ist sowas. Genau. Das ist das Deutsch steht an. Ich bin da durchgelaufen, aber da war niemand. Wann? Muss nach dir sein. Kann sein, oder? Die haben, die sind, haben die in der Ecke gekillt, weil die Leiche in der Ecke irgendwie da... Äh, bei der Acker-Ecke war's drin. Ja, okay, dann macht's Sinn, dass ich's nicht gesehen habe. Ich bin halt einfach durchgelaufen für den Handy-Task, dann diesen Download-Task. Mix dabei ja am Anfang auch für uns. Ja, ich bin aber direkt nach rechts, weil ich diese sieben Schalter umlegen muss. Autsch. Und die waren dann natürlich alle komplett verteilt. Meine Frage hat eigentlich die Oben immer Taurig gesehen. So, ja. Taurig war am Anfang die ganze Zeit bei mir. Okay. Nur jetzt vor Schluss war ich halt beim Daunter. Genau, da hab ich dich ja so gesehen. Ja, da hab ich Underrange bei den Schiff auch gesehen und ich bin zum Download weitergekommen. Aber ansonsten war ja nicht die ganze Zeit bei dir, ne? Sonst nicht, aber am Anfang waren die ganze Zeit bei mir. So, am Anfang. Gut. Ähm. So, das geht mal. Ich hab jetzt gar keinen Plan mehr was sein können, ne? Ja, gut. Ich würde dann erstmal sagen, dass wir erstmal skipwoten, weil wir ja jetzt irgendwie gar nicht irgendwie recht klar kommen. Ja, drum eben. Aber nächstes, äh, nächstes Meeting müssen wir definitiv dann in Rewan rausroten. Ja. Ja. Oh. Oh, der hat eine Frau gerodet. Ja, selber. Ich denk keinen Kommentar dazu. Haben Sie mich selber aufschloten, ja? Okay. Äh. Ach ja, ich bin ja tot. Ja, ich bin ja tot. Hä? Oh. Oh, ich, äh, verstehe. Oh Gott. Was? Wie viele Hebel? Sorry. Oh. 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 ich hatte es befürchtet aber mix da ja claudi war die zweite war direkt hinter dir gewesen ich hab oben am schalter gewartet du bist schon ein feller dass du mich beim safe umgebracht hast so ein feller ich dachte mir dann auch da schön zeit als geist leute ja können wir mal ein bisschen den kill cooldown hochschrauben vielleicht ja bei so einer großen bei so einer großen map ob er den kill cooldown nicht auf 35 sekunden schalten können oder sogar 40 ja ich muss tatsächlich sagen selbst wenn ich sehr schnell mit den tast war habe ich bisher noch ganz knapp vor ende meine tors fährt die pickung also kill cooldown wirklich länger das wäre glaube ich nicht nur weil jetzt hier ein paar die map nicht kennen allgemein weil diese map verdammt riesig ist du hast drei startpunkte und ich habe den und ich habe den meeting room nur durch zufall gefunden ja fünf aber du kannst uns dreien auswählen ja ja okay rein in die reine schöne runde entschuldigung perry ich habe deinen todes ort angelogen ach wirklich ich hab bloß im cockpit die ganzen leute so und denken mir so scheiße wenn einer rausgeht der liegt bei cops ganz vorne beim eingang das kann ich nicht bringen also rein in die pommes view gott das macht mich kirre ja du machst mich kirre hori aber auf diese andere art und weise ha ok wo fangen wir an engine room ich hoffe nur nach Ach, fickt euch doch alle. Oh ja, und so schnell gehen auch wieder 10 Stunden rum. Oh, schnell. Okay. Mein Charakter ist gerade weitergelaufen. Ja. Die Leiche liegt beim Eingang Richtung Toiletten. Wenn man durch den Game von Rekord liegt. Also wieder vom Scheißhaut. Ich habe gerade Keksi an den Kabeln gesehen. Also ich weiß bloß, Mixta glaube ich hat den Kill nicht gemacht, weil er gerade erst von nach Yves weggegangen ist, da habe ich ihn noch gesehen. Genau, ich bin in den Schocker auch noch gesehen. Schocker kam mir als Letzte aus der Richtung entgegen. Warte mal, ich glaube Keksi war eigentlich noch vorhin bei mir gewesen. Die hatte mit mir eigentlich Kabel gefixt. Ja, aber die lag da gerade. Ja, bei Kabel, ne? Äh, Techno war schon an dir vorbeigegangen. Ja, ja, aber ich hatte auch noch davor Horry gesehen. Oh. Könnte also so gesagt auch eher ein bisschen zass sein. Ja, also wie gesagt, die Leiche liegt genau auf der Türschwelle zwischen dem Büchertraum und den Toiletten. Also ich bin komplett los. Also Horry war gerade bei dir in einem Raum mit dem Diamanten. Ja, und dann bin ich nach unten in Weapons. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie dieser One-Way-Elevator da stand, aber da ist auch eine Wendklappe, die da an den, äh... Der fängt auf jeden Fall auf der anderen Seite an. Horry, wenn Horry in Weapons wäre, wäre er auf der anderen Seite der Karte. Warte, Perry kann sagen, dass ich vorbeigelaufen bin. Die war gegen Kabeln bei der Tür. Ich bin nach unten gelaufen. Okay. Dann hätte ich mal gesagt, Joker saß wegen Mixer. Ja, einer hat doch gesagt, dass er dich zuletzt da aus der Richtung kommt. Ja, ich habe Joker aus dem letzten aus der Richtung da rauskommen sehen, aus jedem Fall aus dem Raum. Vielleicht war der Kind auch hinter Joker, aber ich war der Letzte, der mir entgegen kam aus der Richtung. Ich kam von, ähm, von unten. Also quasi von diesem Engine Room oder wie man das nennt. Echt? Also ich hätte auch gedacht, dass ich die von rechts gesehen habe. Nee, ich habe kurz Pömpel gemacht. Von rechts. Aus dem Bildertraum raus, äh, in die... Was ist das? Archiv rein bist du genau? Archiv, ja. Ja, ich habe Pömpel gemacht, kam von unten aber ins Archiv rein. Du kamst, äh, von rechts, wo der Bildertraum ist, also von den Toilettenrichtungen aus. Und da liegt halt auch die Leiche. Beim Pömpel oder was? Bei der Quelle des Pömpel. Ja. Da bin ich aber schon längst gewesen, das heißt, die Leiche müsste relativ frisch gewesen sein. Da war nichts vorbei, wo ich... Ach ja, kleiner Tipp, Archivtas geht deutlich schneller. Sobald der Bestellungssound kommt, könnt ihr Escape drücken, um schneller rauszukommen. Okay. Danke für den Tipp. Äh, Leute, ich kann mich nicht bewegen. Was? Warte, wie... Ich stehe im Archiv und kann mich nicht bewegen. Das hatte ich auch mal, das ist doch nervig, das ist ein paar... Warte, ich mach Meeting. Hab's gefixt. Ich mach kein Meeting. Äh, Störung auf Maus schalten und danach wieder zurück, dann geht's wieder. Also so sind mir immer noch die liebsten Kabeltasts. Hahaha. Da hat wohl jemand was ausgelöst. Hä? Mew, wait, what? Mew's tot? Der, der war jetzt grad vor... Ähm, Joker? Mew hab ich doch auch gesehen, der war doch ein Ding, ähm, wie heißt das? Guck mal, die Sahntücher, glaub ich. Ja, ja, genau, da war er gewesen. Aber die Lichter waren aus, ich kam dir entgegen. Das heißt, es müsste relativ frisch gewesen sein. Aber Hori ist tot. Oder ist das... Mew hat, weil die... Er hat... Ich hab, ich hab nen Buddy reported, als ich gestorben bin. Ja. Oh. Ja gut. Das ist, ähm... Das ist ein bisschen scheiße, oder? Mixer. Timo, wir... Ich glaub, wir sind sauber. Bin ich ehrlich gesagt unsicher? Du bist unten in Cargo Bay gewesen. Ja, ich hab, äh, den Pump gecleared. Du hast mich dabei gesehen. Dann hab ich mich zu Leitz gegangen. Und dann bin ich gerade weiter runtergegangen in Cargo. Ich war grad... Ja, stimmt, stimmt. Ich habe der Electric Kick gemacht und dann musst du da runtergelaufen sein, ne? Also, Leute, ich kann mir für den Passiert sein genau in der Runde, wahrscheinlich. Beziehungsweise genau in der Sekunde da. Also kann ich Techno eigentlich, äh, davon quasi saven. Der ist 100% safe, der war nämlich da nicht da. Der war ein... Ja, ja, ich war... Und so gesagt, um, äh, das Licht fixen. Dann bist du nach links dann. Und dann bist du nach links irgendwo gelaufen. Ja, und ich war ja in einer anderen Lichtkonsole in Cargo gerade dran. Da hab ich gesehen, dass das gefixt wurde. Also, ich hab gerade die Weapons da wieder dran gehängt. Also, wer wär jetzt eigentlich... Wer wär jetzt eigentlich so ein bisschen verdächtig? Ich will nicht, ich will es einholen. Also, ein Duo muss ja lügen. Ein Duo muss lügen, da hast du recht. Jetzt ist bloß die Frage. Also, ich sag mal so, äh, für mich... Also, ich weiß zwar, dass Joker zwar bei mir so gewesen war, aber es war schon ein bisschen irgendwie, ein bisschen schumpferdächtig. Das musst du aber auch zugeben, ne? Ja, aber ich glaube, es ist eher, wie gesagt, dass es, glaube ich, ein Doppelkinner Sekunde war. Sonst hätte auch ich das nicht reportet so schnell. Stimmt. Also, wo... Oh, ja. Also, es kann... Das kann nicht sein, dass zwei Leute eigentlich irgendwie... Ja, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ne? Ja, also... Ja, das ist auch so die Frage. Ja. Das würde... Aber es ist irgendjemand anderes. Wir müssen aber jemanden rauswählen. Das würde aber denjenigen, der das Licht gefixt hat, Theo und mich erstmal clearen. Theo und dich. Dann... Aber ich hatte ja auch Licht gefixt. Ja, ja, den meinte ich ja. Ja. Weil ich habe nur gesehen... Ich war in der Konsolen und habe gesehen, dass der letzte Schalter umgelegt wurde. Ja, der bleibt der, Theo. Wir müssen ein Meeting machen, Leute. Ich glaube, das führt zu nichts. Also, skippen? Ja. Aha. Oha, okay. Da muss ich aber ganz dringend los. Joker? Was, was ich? Kitchen. Frontline's up. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020